Belästige Gott nicht durch deine sinnlosen Gebete Wenn du zu Gott betest, dann um ihm zu danken Um ihm zu danken für all das, was er dir ist Für all die Tage, für all die Wahrheit, die er dir ist Anstatt zu Gott zu beten, für Verbesserung in jeglicher Form Durch Gebete, die in Wirklichkeit sinnlos sind Nehme dich lieber der seiner Wahrheit an Die die Lösung für dein Problem ist Denn das ist das, was Gott dir als Möglichkeit seiner Wahrheit der Hilfe hinterlassen hat Nimmst du dich der seiner Wahrheit an, die die Lösung ist Lösst du das Problem, das dein Problem ist Kein Gebet wird dir mehr helfen, wie die Wahrheit Gottes selbst Die Gott dir als Möglichkeit der Lösung in Form von Erkenntnis und Handlung Hinterlassen hat in dieser Welt Gebet wird dir mehr helfen, wie die Wahrheit der Hilfe hinterlassen hat Gebet wird dir mehr helfen, wie die Wahrheit der Hilfe hinterlassen hat Gebet wird dir mehr helfen, wie die Wahrheit der Hilfe hinterlassen hat